Moin moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal und wir spielen doch noch eine runde ape out wir haben ja die zweite disk die starten wir einfach mal direkt und ich denke mal könnt ihr vielleicht ganz witzig dann vielleicht kommen ein paar änderungen oder anforderungen dazu ich weiß nicht wie schwierig das ist oder wie leicht das ist aber müssen wir mal gucken ich finde es ganz nett irgendwie so kann man so ein bisschen zum entspannen mal spielen ein bisschen wild aber auch irgendwie witzig ihr könnt mir mal erzählen ob ihr ab und zu ein knacken gehört bei mir im sound ich hab es ab und zu so dass es nicht so vorkommt dass alles knackt aber das müsst ihr mir mal sagen auch die kann man runter werden ist doch cool also ein schluck weg runter ok die lichter der großstadt dann mal runter machen mit dem spacko swing oder steht da schwungvoll ok spezialeinheit die da runter geschossen kommt so richtig viel ausreichend ist hier auch nicht hat er den typen sogar selber erschossen ist gesehen ok hier sind wir wahrscheinlich nicht längst aim high ok oh ziele oh ist ja fies scharfschützen oder was eigentlich was für ein fieses ding scharfschützen sind schon eine fiese sache scharfschützen sind schon eine fiese sache und ich habe mir auch ganz nett ich habe mir auch ganz nett ich habe mir auch ganz nett aber wir sind schon recht weit gekommen oder so weg drückt wollte ich gar nicht na gut wo ziele sind wir runter geht es runter drauf schauen wir noch mal hier das ist schon fies zeig mir was du kannst müssen wir in den den laser ziel voreinrichtung ausweichen links miss 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 oh welt ok danach ist davor da kommen wir nicht durch oh, da habe ich getroffen die Drecksau oh, warte oh, wir können hier rüber ok oh, und ist die Polizei schon zu Gange lustig oh nein wo wir hin sollen, weiß ich immer noch nicht ah, hier geht es raus ok oh nein ach, da sind die Scharfschützen schon schweine ok ok, ok, ok danach ist er vor ok oh, warte, mich da ok ok los gehts ok, los gehts Schau kurz an. Und du? Okay, Ende von Seite A. Kennen wir schon vom anderen Teil. Mal sehen, was Seite 2 bringt. Seite B. Naja, wir können doch mal gucken, ob wir eine coole Zeit bekommen. Okay, los geht's. Betondschungel, okay. Alter. Blöder kleiner Pinna. So. Oh, nein. Oh, nein. Oh, okay. Aber das ist machbar. Das ist machbar. Das ist machbar. Das müssen schon vor dir sein, ja. Das müssen vor dir sein, ja. Okay, mit Scharfschützen kann man auch nicht so gut ausweichen. Da muss man schon so ein bisschen anders machen. Okay, wir suchen sie mal. Ich kann ein bisschen ausweichen mit dem Jump so ein bisschen. Oh, das klappt halt angemärzt. Oh. 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 Nein. Oh. Oh. Nein. Aha Gut Circle back Wieder voller Wir haben auch voller geworfen Wir müssen wieder links Da gehts nicht durch Muss hier unten irgendwo weiter gehen Auch nicht Abreißen kann man auch nicht Ok Das ist ja irgendwo einen anderen Weg noch gehen Mhm Ah da Ah da Ah da Abrechen Geht noch raus Geht noch raus Oh Mist Da war schon ganz gut aus Was den ganzen Weg nochmal Ah ok Ah ne Das war das gar nicht Ne Alter gehts nicht weiter Da gehts weiter He 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 Oh Scheiße Ok ok Versuch's nochmal Komm 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 Wir sind die Speeder Jetzt Oh ne Oh ne Das war jetzt komm Ich bin verletzt Das geht blöd Oben links ne Oben links ne Ey echt jetzt? Echt jetzt? Gibt's doch gar nicht Gibt's doch gar nicht Da geht's runter Komm schon, komm schon Komm schon, komm schon Komm schon Komm schon He He Anke? Okay. Gut. Klar, durchlaufen. Wisschen schneller, wenn er geht. Abstieg? Okay. Das war auch dumm. Da waren wir ja schon fast komplett tot. Verletzt. Ist im Unfall. Es ist echt. Wenn man es als... Wenn man es als Challenge sieht, das Spiel, dann ist es wirklich... Nein. Ah Mist. Jetzt habe ich eine Idee. Ich habe eine Idee. Es fändet sich immer leicht so ein bisschen als Level, finde ich. Aber nicht viel. Ach, Mann. Oh. Oh. Ah. Ohne Schutzschild wird das nichts. Dann müssen wir ein bisschen anders durch. Ach, Mann. Ist immer so, dass man eigentlich übersieht es ein bisschen. Oh nein, nein. Warum machst du das? Warum machst du das? Das gibt es doch gar nicht. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Okay, jetzt können wir uns auch umbringen. Das war natürlich total beschissen. Dass man sich ein bisschen schleichen kann, das wäre doch viel cooler, oder? Okay, uns erwischt. Aber wir können nochmal abbauen. Okay. 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 Was? Waaaaaaah! Super! Das hat uns doch gesehen, oder? Ja. Oh. Nicht, dass ich da runterfall noch. Okay. Oh, das ist ja fies. Das ist ja fies. Gut. Guck mal, das ging ja ganz schön gut hier. Guck mal an. Keine Ahnung, ob das Zivilisten sind oder nicht. Das interessiert mich auch nicht. So, sind wir draußen. Und du? Ape out, ja. Disk 2 zu Ende. Ganz ziemlich cool. Naja, war jetzt auch nicht so schwer. Also man hat ein paar Versuche gebraucht, aber try and error, try and error. Ab und zu kommen wir durch Glück durch, ab und zu durch Können. Und jetzt ist es abgestürzt, das Spiel. Lädt nicht mehr. Mehr Level haben die Programmierer nicht gemacht. Und was ist denn los? Ja, ist wirklich abgekackt. Kann das sein? Naja, soll es noch Disk 3 geben, werde ich die bestimmt irgendwann hochladen. So lange könnt ihr euch das hier angucken. Beziehungsweise könnt ihr ausmachen, denn wir beenden es hier. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.